Du willst ganz viele kostenlose Videos zu BWL und VWL? Dann komm auf studyflex.de Hallo zusammen! Wenn dir das Wort Mikroökonomie Kopfschmerzen bereitet und du einfach nicht mehr weiter weißt, bist du hier genau richtig. In den nächsten vier Minuten bringen wir dir die Budgetrestriktion im Bereich des Haushalts näher. Fangen wir mit dieser grundlegenden Gleichung an. Sie gibt an, wie viel du dir von jedem Gut leisten kannst. Damit das Ganze ein bisschen einfacher zu verstehen ist, gehen wir hier immer davon aus, dass es in unserer Volkswirtschaft nur zwei Güter zu kaufen gibt. Um das zu verdeutlichen, stellen wir erstmal die Budgetgleichung auf. M ist gleich P1 mal X1 plus P2 mal X2. Das M steht für das Budget, das du zur Verfügung hast. Auf der anderen Seite der Gleichung siehst du die Kosten P1 mal X1 plus P2 mal X2 für die Güter, die du kaufen möchtest. Natürlich müssen die Kosten dafür mit deinem Budget übereinstimmen. X1 und X2 können dabei für ganz verschiedene Güter stehen, zum Beispiel X1 für Bier und X2 für Burger. Wenn du die Gleichung jetzt nach X2 umstellst, erhältst du auch schon die Budgetgerade. X2 ist gleich M durch P2 minus P1 durch P2 X1. Bestimmt hast du bereits gesehen, dass der Bruch P1 durch P2 die Steigung darstellt. Das ist doch gar nicht so schwer, oder? Grafisch sieht das dann so aus. Die Achsenabschnitte zeigen dir an, wie viel du maximal von jedem Gut kaufen kannst. Auf der Budgetgerade liegen dann alle Gütermengenkombinationen, mit denen du dein komplettes Budget ausschöpfst. Leider wird es aber etwas schwieriger, wenn sich einer der Faktoren ändert. Wenn der Staat zum Beispiel deinen BAföG erhöht, kannst du dir viel mehr Bier und Burger leisten. Das verändert dann auch deine Budgetgerade. Sie wandert vom Ursprung weg. Das Gegenteil passiert natürlich, wenn dein BAföG gekürzt wird. Auch die Preise können sich verändern. Wenn der Preis für Bier steigt, erhöht sich auch die Steigung der Geraden. Du kannst also weniger Bier kaufen. Auch das kann man ganz einfach anhand einer Grafik veranschaulichen. Auch hier passiert das Gegenteil, wenn der Preis sinkt. Du kannst dir mehr vom jeweiligen Gut leisten und der Achsenabschnitt des betroffenen Gutes erhöht sich. Das heißt also, wenn der Bierpreis sinkt, sinkt auch die Steigung der Geraden. Das Umgekehrte passiert mit der Gerade, wenn der Preis des Burgers X2 sinkt. Da du dir eine größere, maximale Menge Burger leisten kannst, steigt der Ordinatenabschnitt und die Steigung der Geraden wird größer. Jetzt kann sich aber noch mehr an der Geraden ändern. Es könnte zum Beispiel sein, dass es zu einer direkten Rationierung von Bier kommt. Dann bricht die Geraden an dieser Stelle einfach ab. Damit du dir das besser vorstellen kannst, haben wir auch hier eine Grafik für dich vorbereitet. Auch eine indirekte Rationierung ist möglich, zum Beispiel durch Steuern. Ab einer bestimmten Menge X1 fest wird durch sie der Preis für Bier erhöht. Damit wird auch die Steigung der Geraden ab diesem Punkt größer beziehungsweise steiler. Es entsteht ein Knickpunkt und die maximale Menge, die du dir an Bier leisten kannst, wird geringer. Jetzt sind wir auch schon fast durch. Die letzte Ursache für eine Verschiebung an der Geraden ist ein Mengenrabatt. Steht ein Großeinkauf für die nächste Party an? Wenn du dafür zum Beispiel mehr als 10 Kästen Bier kaufst, gibt dir der Händler einen Rabatt auf jeden Kasten Bier, der über den 10 hinausgeht. Zur Verdeutlichung schauen wir uns dazu wieder eine Grafik an. Hier siehst du, wie die Steigung ab dem 10. Kasten, also X fest, geringer wird, da du dir ja durch den Rabatt noch mehr Bier kaufen kannst und dir das Geld weniger schnell ausgeht. Jetzt sind wir auch schon fertig. War doch gar nicht so schlimm, oder? Damit du dir das Ganze auch gut merken kannst, haben wir noch mal alles zusammengefasst. Die Budgetrestriktion besteht aus der Gleichung M ist gleich P1 mal X1 plus P2 mal X2 und wird durch Umstellen nach X2 zur Budgetgeraden X2 ist gleich M durch P2 minus P1 durch P2 X1. Wenn sich dein Einkommen verändert, rutscht sie entweder Richtung Ursprung oder genau in die entgegengesetzte Richtung. Bei einer Preisänderung verschiebt sich nur der Achsenabschnitt des betroffenen Gutes. Der andere Achsenabschnitt bleibt gleich. Wenn das Gut rationiert wird, bricht die Gerade an diesem Punkt einfach ab. Bei der indirekten Rationierung, zum Beispiel durch Steuern oder bei einem Mengenrabatt, ändert sich nur die Steigung der Geraden ab diesem Punkt. Jetzt hast du hoffentlich alles rund um die Budgetrestriktion verstanden und das Thema Mikroökonomie bereitet dir schon ein bisschen weniger Kopfschmerzen. Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflex.de